Seit einigen Wochen haben Christina Henni und ihr Mann Luca einen eigenen Podcast. In Don't Worry, wie Henni spricht das Paar über ihren Alltag, spricht private Situationen an und äußert sich natürlich auch zur Schwangerschaft. Denn, die Let's Dance-Tänzerin und der Sänger werden schon bald zum ersten Mal Eltern. Im Dezember hatte das Paar die Nachricht verkündet und seitdem Informationen zum Baby eher zurückgehalten. Im Podcast erklärt Christina Henni nun, warum sie beispielsweise anders als ihre Kollegin Renata Lusin, die seit kurzem Mutter ist, den Geburtstermin nicht verrät. Sie wolle sich nicht unter Druck setzen lassen und Fragen nach der Geburt ihres Kindes aus dem Weg gehen. Etwas anders sieht es bei dem Geschlecht des Babys aus. Christina und Luca wissen bereits, ob es ein Mädchen oder Junge wird, haben diese Information aber erst einmal nur mit ihren Liebsten geteilt. Ob die Öffentlichkeit auch schon bald davon erfährt, lässt das Paar offen und werde nach Gefühl entschieden, stellt die werdende Mama im Podcast klar. Gut möglich also, dass die Fans erst nach der Entbindung mehr Informationen erfahren. Eine Sache, die aber für besonders viel Diskussionsstoff sorgt, ist der Name des Babys. Wie das Paar kürzlich verraten hat, steht der noch gar nicht fest. Wir haben noch gar keinen. Wir tun uns echt schwer. Vielleicht haben wir eine Eingebung, wenn wir unser Baby in den Händen halten, erklärt Christina Henni gegenüber Gala. Was die werdenden Eltern aber schon wissen, einige Namen fallen definitiv raus. Und das liegt an den Unterschieden zwischen Deutsch und Schweizerdeutsch. Bei uns ist es schwierig mit den verschiedenen Sprachen. Bei manchen Namen sagst du auf Deutsch. Oh, ist das schön. Und dann auf Schweizerdeutsch. So der DSDS-Sieger im RTL-Interview. Besonders schwierig ist das bei den Buchstaben R und K, diese werden also im Namen wohl nicht enthalten sein. Eine komplizierte Suche steht dem Paar also nun noch bevor. Bis die Entscheidung gefallen ist, haben die beiden aber einen süßen Spitznamen gefunden. Luca nennt sein Kind nämlich gerne mal Würmchen, wie er im Podcast ausgeplaudert hat.